Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Ich habe ja einmal vor kurzer Zeit mein Fennec Preset in einem Video aufgenommen mit euch gezeigt. Das Video kam unfassbar gut an bei euch. Deswegen haben wir ja, nachdem ich diesen Titanium Wide Octane bekommen habe, auch nochmal ein neues Video gemacht, wie ich dieses Auto frisch designe. Und auch das Video kam wieder erstaunlich gut bei euch an. Deswegen dachte ich mir, kann ich doch einfach mal eure Presets nachbauen und meine Meinung dazu abgeben und natürlich ihr im Chat auch. Das heißt, ihr könnt den Usern helfen und sagen, ey, die Reifen oder ey, dieser Aufgeber würde viel besser zu deinem Preset passen. Ich bin sehr gespannt und freue mich. Ich freue mich übrigens auch über einen Daumen nach oben. Ich sag mal so, bei 2000 Daumen nach oben gibt es davon eine weitere Folge. Und abonniert super gerne meinen Kanal, ich würde mich mega darüber freuen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Spare ab jetzt sogar 6% mit dem Gutscheincode AnyArt bei AOR. Hol dir dort Items, Drops, Autos sowie Blueprints. Checke nach dem Video sofort die Videobeschreibung und klicke auf den Link. Viel Spaß! Ich würde sagen, wir bauen heute einfach mal ein Preset von euch nach. Wenn ihr auch mal drankommen wollt und eure Presets vorstellen wollt, bei mir im Video, einfach dranbleiben am Ende der Folge, erkläre ich euch, wie ihr auch mitmachen könnt. Wir machen erstmal ein neues Preset, nennen das Preset, und jetzt kommen wir zum Usernamen, der Gro. Das ist das allererste Preset. Er hat mir sein Preset zugesendet und zwar ist er auf einen Titanium White Fennec gegangen. Das heißt, den habe ich zum Glück auch da. Ich habe nicht immer alle Autos, das heißt, vielleicht können wir ein paar davon nicht nachmachen, aber es ist dann eben so, dann kann ich bei der Buckets Mod einfach die Items nachkreieren, sodass wir trotzdem das Auto in voller Pracht sehen können. Dann hat er, wir können ja mal auf den Aufkleber gehen, Ombre. Das habe ich nicht, zumindest nicht eingelöst, aber als Blueprint habe ich das noch. Und zwar Ombre ist für den Fennec bestimmt. Das hier ist Ombre, ja, kann man hier schön sehen, finde ich super, super geil. Ich könnte es auch einfach mal kaufen, aber er hat es in der Tenium White. Ich habe es nicht als Blueprint in TV, deswegen werden wir da einfach mal ganz kurz hingehen und gehen bei der Buckets Mod auf das Decale und wählen dort Ombre aus. Das Ganze ist in Titanweiß gepaintet und sieht dann so aus. Sieht schon sehr geil aus. Ich würde sagen, das wäre auch etwas, was ich mir wahrscheinlich holen könnte. oder holen würde. Das ist schon sehr, sehr lecker, finde ich persönlich. Wir gehen dann mal auf die Paintings drauf. Und bei den Paintings können wir schon mal sehen, er hat überall die Exo... Exo... Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Eloxierte Perle. Ich kann es einfach nicht aussprechen. Und zwar bei allen Sachen hat er die drauf. Die eloxierte Perle. Und jetzt gehen wir hier mal hin. Er schrieb sechste Reihe von unten. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ist das die sechste Reihe von unten? Ach nein. Sechste Reihe von links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann zweite Reihe von unten. Das heißt, eins, zwei. Das ist sein Blau. Und sein Weiß ist erste Reihe von rechts. Das hier. Und dann erste von oben. Das hier. Okay, dann gehen wir bei Team Orange und wählen dort einmal aus. Fünfte Reihe von links. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann zweite Reihe von unten. Das hier. Und als Akzentfarbe ist das Ganze dann zehnte. Reihe von links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann zweite Reihe von oben. Das sind seine beiden Presets. Wow. Also, ähm. Sieht sehr cool aus. Sieht echt cool aus. Ich feiere das gerade irgendwie sehr. Finde ich gerade cool. Das vor allem. Das orangen Auto feiere ich richtig. Crazy. Wir gehen zu den Reifen und die habe ich leider weder als Blueprint noch als was anderes. Und zwar hat er bei den Wheels die Grip, die heißen, ich kann es kurz zeigen, Grip Stride HX invertiert. Und auch die hat er in Titanium White. Ich glaube, die könnten sogar ein bisschen was wert sein. Sieht schon wirklich geil aus. Das sieht schon wirklich, wirklich geil aus. Das würde ich mir so, ohne zu zögern, auch kaufen. Finde ich mega bis jetzt. Dann gehen wir weiter. Und zwar hat er keine Topper, keine Antennen. Er hat als Boost und den haben wir leider auch nicht. Und zwar, er hat Standard. Natürlich haben wir Standard, aber er hat Standard in der Farbe Schwarz. Haben wir auch nicht. Werden wir also auch mal eben schnell nachbauen. Mit der Bucke Smots kann man jetzt natürlich nicht sehen. Auch natürlich, wenn man hier auf Anpassen geht, sieht man erstmal nichts, was ein bisschen schade ist. Doch, wir sehen es, wir sehen es, wir sehen es. Okay, wir sehen es. Alles klar, gut, cool. Geil. Sehr, sehr schönes Preset bis jetzt. Wirklich mega, mega geil. Dann gehen wir zur Goal Explosion. Und da kann ich euch sagen, ich habe viele, aber das habe ich nicht. Weil das war mir halt wirklich nie so viel wert. Und zwar ist es Drachenduell, also Dwelling Dragons. Und das Ganze auch painted in orange. Das ist auch crazy. Jetzt schauen wir uns gleich mal an, natürlich. Und dann gehen wir auf die Trails. Und die Trails habe ich sogar. Ne, habe ich auch nicht. Ist nämlich Titanium White. Auch da gehen wir mal kurz. Aber ich kann es euch schon mal kurz zeigen. Und zwar bei den Trails. Er hat nämlich strahlend als Trails genommen. Strahlend. Das hier. Und das Ganze eben in Titanium White. Wobei ich aber sagen muss, jetzt mal ehrliche Meinung, es wirkt so auch schon ganz gut. Also auch hier orange und blaues Auto. Strahlend. Titanium White. Und das können wir uns auch nochmal kurz angucken, wenn wir hier hingehen. Und mal. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand die normalen auch nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Und das war's. Das ist das Preset orange. Genauso wie blau. Und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen verliebt. Wir gehen mal ins Training rein. Schauen mal eben das ganze Auto komplett an. Und können hier sehen. Wow. Ich muss sagen, ich find's mega, das Preset. Vor allem die Räder. Wie teuer sind die? Ich hätte ganz gerne mal einen Preis gewusst. Die finde ich richtig gut, die Räder. Die würde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Weil die einfach... Okay, auf Dauer vielleicht wirken die vielleicht ein bisschen, naja... Augenkrebserregend, nenn ich's mal. Aber an sich ein mega-nices Preset, oder? Boah, ich bin mega fasziniert gerade. Geiles Preset. Wirklich. Äh, was würde ich daran anders machen? Das ist eine gute Frage. Also, wahrscheinlich würde ich wirklich hingehen und ich würde dort einfach mal bei den strahlenden, ähm, wahrscheinlich normal nehmen. Weil ich finde nämlich, das Auto könnte so im freien Training, wir schauen's nochmal kurz an, könnte so vielleicht ein bisschen besser wirken. Ich geh nochmal kurz rein. Ja, okay. Aber doch, es sieht schon nicht schlecht aus. Aber klasse, es ist ein bisschen zu blau für dieses Preset. Aber an sich eigentlich gar nicht so verkehrt. Naja. Jetzt wär natürlich noch gut zu wissen, wie teuer das Auto in Credits wäre. Natürlich, TW Fennec alleine schon knapp 100 Euro wert. Ja, also, ähm, da sind wir auch schon bei 10.000 Credits, natürlich. Ähm, aber das ist schon nicht, nicht allzu häufig vorkommend, dieses Preset. Und ich find's richtig geil. Mega geil. Ach so, ja, eine Sache hätte ich ja fast vergessen. Und zwar die Torexplosion. Und zwar ist es ja Drachenduell in Orange. Ja, sieht auch natürlich ziemlich nice aus. Auch natürlich in Orange. Wir können's gerne mal ganz, ganz, ganz gerne abschecken hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, da wär vielleicht auch was Bunteres cooler gewesen, oder? Finde ich da vielleicht irgendwas in Richtung, äh, ja, wir müssen nochmal kurz reingucken. Aber, äh, ich bin mir nicht genau sicher. Irgendwas, irgendwas fehlt da noch. Eventuell, ähm, sowas wie... Was hätten wir denn da zur Auswahl? Singularity vielleicht, oder so? Haben wir das? Äh, Lightshow wär natürlich auch vielleicht nicht schlecht. Würde auch vielleicht gut passen. Sowas in der Art. Ich dachte aber vielleicht irgendwie wirklich was in... Oder in sowas in der Art. Vielleicht in schwarz oder so. Ähm, hm, weiß ich nicht genau. Oder eben sowas wie Singularitätsbombe. Finde ich eigentlich auch ganz nice. Das würde halt gut passen zu dem Auto eigentlich, ne? Das ist auch so ein bisschen bunt und so. Ähm, aber Drachenduell finde ich irgendwie jetzt fürs Auto nicht so passend, um ehrlich zu sein. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das war's leider auch schon mit der ersten Folge von euren Presets. Ich bin gespannt, was ihr daran ändern würdet bei diesem Preset. Wenn ihr auch mal mitmachen wollt, kommt auf meinen Discord-Server. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Dort findest du in der Kategorie Rocket League einen Channel namens Hashtag RL-Presets. Und dort werden wahrscheinlich schon ein paar Presets stehen, aber in der angepinnten Nachricht findest du nochmal alle Details, wie du dein Auto dort einsenden kannst, beziehungsweise deine Sachen aufschreiben musst. Bei 2000 Likes werde ich in der nächsten Woche nochmal eine weitere Folge aufnehmen. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt noch einen schönen Tag euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.